Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen starten wir endlich einmal wieder mit Sonne in den Tag. Bei Tageshöchstwerten um die 17 Grad ziehen im Laufe des Tages Wolken ins Sendegebiet. Mit Regen ist jedoch nicht zu rechnen. Am Donnerstag kehrt dann für kurze Zeit der Sommer zurück. Bei Temperaturen über der 20 Grad Marke scheint den ganzen Tag über die Sonne. Erst am Nachmittag ziehen einige harmlose Wolken ins Sendegebiet. Am Freitag klettert das Thermometer dann schon wieder bis auf 24 Grad. Sonnige Abschnitte überwiegen, aber gelegentlich verdecken auch dichtere Wolken den Westsachsenhimmel. Am Sonntag müssen wir dann schon wieder mit einer wechselhaften Wetterlage rechnen. Bei Tageshöchstwerten um die 20 Grad bleibt es den ganzen Tag über bedeckt. Die Sonne lässt sich gelegentlich blicken. Aus dicken Wolken kann es immer wieder regnen.